ja leute der käft zu einem flieg ist wieder back am start für euch mit dem louis eine kleine serie ja an uns zwar an denkt aber natürlich und machen jetzt hier so pvp immer drei runden best of 3 wer zwei runden gewonnen hat hat gewonnen ich will dich schlagen ich habe herausgefordert so leute fangen wir direkt mal an in der ersten runde ich werde dazwischen immer katten gut bei mir die karte nicht bei dir auch nicht ich falle die karte runter ok hat sich doch noch gefangen so ja gut das kann man so sehen wie man will oh das war eine super wo bist du ah da ja erste runde geht an mich leute wir sind jetzt in der zweiten runde jetzt war ich voll angespannt deswegen habe ich gar nichts gesagt und mein handy klingelt schon wieder die ganze zeit ja leute da sind wir jetzt in der zweiten runde mal gucken wer jetzt gewinnt vielleicht haben wir ja sogar direkt den sieg in der tasche deswegen hasse ich suchen mein typ macht rein boah fick dich kräft hat gerade übelst langsam zugeschlagen wo bist du haben wir gut gehittet jetzt so oh god alter meine maus ich fasste übelst mit meiner maus rum ey alter es ist leh ne ich spiel jetzt nicht weiter komm kill mich das war aber grad bei mir auch so ne es ist komplett sinnfrei du läufst rückwärts während ich sprinte ich geb dir hits ich seh dir hitpartikel ich krieg keinen hit du kannst suchen und kannst weiterspielen es ergibt keinen sinn gar keinen nein lach gar nicht es ist so sinnfrei er hat aber wirklich recht Leute weil man hat es ja auch gerade gesehen wie ich immer wieder nicht hitten konnte ist ja auch egal die ersten runde habt ihr auch gesehen dass der server wieder gebackt hat ich weiß nicht woran das zurzeit liegt dass die server so hart am abscheißen sind aber es ist extrem so obwohl gum auch gerade mega voll ist das muss man dazu sagen ja Leute wir sehen uns dann beim morgigen video die heutige challenge habe ich gewonnen die soup challenge und louis ist dann morgen dran mit was solltest du ja ich wollte uhc macht er ok gut uhc ist ja auch relativ geläufig euch also wir sehen uns morgen beim video haut rein